Sorry, da habe ich ganz wenig Vertrauen in deine Fähigkeit. Ich glaube, er kann das Wort lernen, er schafft das. Das Jove ist halt, wenn ihr den ganzen Tag lacht, da kann ich mich nicht konzentrieren. Ey, du hast es eben gesagt, da haben wir noch nicht gelacht. Ja, da habe ich aber angefangen, selber zu lachen, weil ich habe ja eher zu... Ich kann es auch nicht aussprechen. Ja, erste Priority. Ach, du meinst, erste Priority. Erste Priority. Erste Priority. Ja, genau. Ja, geht doch ganz einfach, Marc. Erste Priority. Du könntest natürlich auch Deutsch aussprechen und sagen, Erste Priority. Erste Priority. Ja, mag das nicht so? Ja, dann wird das wieder so... Komm, noch einen Versuch hast du. Oder zwei Jahre hast du, dann Kompetitive 5. Ah, schön, schön, schön. Oh, Operation Spind. Operation Spind. Ja, hoffen wir, dass wir nicht eingeschlossen werden von den anderen Mitschülern. Warum Funkt funktioniert DxTory da nicht? Von mir klappt. Aber du hast es nicht auf Mantle, ne? Nicht das daran vielleicht? Äh, nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Mantle. Ich habe eine Nvidia. Nein, nein, aber warum klappt das nicht? Fuck. Also, ja. Moment. Wir sind ja hier in so einem Ding. Weißt du was? Wie man heute mal ein bisschen Schrotflinte wieder... Einfach, weil es geht. Ja, ja. Da habe ich auch noch nicht alle Sachen freigeschaltet. Ich auch nicht. Ich habe eine Schrotflinte besitze ich da. Oder mal auf Flashbangs. Flashbangs sind auch noch irgendeine Tiefmannschaft. Ja, das habe ich auch, glaube ich, schon. Okay, pass auf. Dann gehen wir aber auch ganz krass, weil dann, äh... Okay, was gibt es denn da hier? Big Shot. Hinten waren keine so Schütze. Okay, ich nehme... Ich nehme noch Shadow. Okay, Shotgun. Shotgun. Fünf Shot bist du. Beispiel. Du hast fünf Shot... Ich habe noch alle. Wie gesagt, ich besitze eine einzige. Ich habe keine Ahnung, welche ist denn mit dem Blut hier? Ich habe keine Ahnung. Ich besitze nur eine. Und da hast du, glaube ich, eine einzige, die gut ist. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche... Welche... Wo gibt es denn was? Pump Action. Okay, warte. In die Auto Pump Action. Alter, ich habe gerade ein bisschen Angst. Boah. Diese Pump Gun, ey. Ich brauche eine neue. Die ist scheiße. Aber ich habe schon einen Kill gemacht. Habe ich Shotguns freigeschaltet? Ja. Ja, ich habe zwei Stück. Mindestens eine. Boah. Nur noch 213 Punkte. Dann kriege ich eine neue. Okay, ich stehe genau da, wo ich nicht stehen möchte. Shotgun. Aha. Marc, was machst du denn hier drin? Meiner. Okay. Oh, ich habe einen Shotgun freigeschaltet mit dem ersten Kill. Sehr gut. Freigekillt. Ja, ich habe den Soflamm gerade freigeschaltet. Das ist so viel. Ich brauche mehr Schuss. So 200 oder so. Ach, der war ein Gegner. Ja, Mann. Ich habe die neue. Ich habe die Saiga 12. Ist die gut? Ich habe keine Ahnung. Lass mich raten, die ihr habt... Boah, ist die langsam. Ihr habt keinen Schalldämpfer, oder? Natürlich nicht. Für Shotgun? Weiß ja nicht. Ich glaube, für den Shotgun gibt es keinen Schalldämpfer. Mach mit mit Shotgun, Jonas. Aber ich finde die 800-Sichts-MCS nicht so geil. Die ist so langsam. Ich bleib bei meiner kleinen. Ich lenke jetzt mal die Scheiße aus dem Gegner raus, ja. Sorry, aber ich lenke mal eben die Scheiße aus dem Gegner raus, ja. Wenn euch das nicht irgendwie... Wenn euch das nicht gefällt, habt ihr halt gewusst. Wenn es euch recht ist, ja. Ich fange an, indem ich da was hinwerfe, da was hinwerfe. Oh. Nein. Boah, fuck, ist die Maus sensibel. So sensibel bin ich nicht. Das lernst du noch. Du musst nur eine Frau kennenlernen. Ja. Nee, nee. Damit fange ich gar nicht erst an. Sind das die Menschen mit den Brüsten? Ja. Die einzigsten Säugetiere mit dauerhaft Brüsten. Genau, wie die sind das. Mit dauerhaft Brüsten. Das ist ja irgendwie eine Krankheit, Alter. Das ist der einflissenbare Effekt. Da. Okay. Wow. Okay, ich bin im Keller. Oh, hinter mir ist einer. Alter, wie schnell hat der mich denn gerade gekriegt? Zinsen. Zitzen, ja. Die Panzerzitzen. Was? Da hat er durchgeschossen, der Arsch. Wo bist du denn? Hä? Was ist so im Keller? Dann war ich wieder tot. Jetzt bin ich bei... Komm zu mir. Komm zu mir. Ich bin bei dir. Ich glaube, ich bin schon bei dir. Aber ich bin schon längst wieder an die... Fuck. Ich werde wirklich langsam. Hinter die Maulung. Ich mach alles fällig. Ich mach alles fällig. Ich mach alles fällig. Nee, bei dir. Achtung, Achtung. Ich probiere jetzt mal die neue. Ich hab sie ausgelöst. Ohne, dass jemand draufgegangen ist. Ganz schön gut von dir. Ihr Seiger. Semi-Auto mit zwölf Dingern. Die laufen außen rum. Draußen. Ja, das nach oben. Weil ich mit Shotgun. Da oben schießt irgendwas. So, auf geht's. Bewegung. Was macht den da? Wir laufen hoch. Ha. Oh, ne. War ein Freund. Warum laufen wir außen mit Shotguns? Moment. Das ist falsch. Ich glaube, wieder rein. Oh. Einfach gewehr. Oh. Ja, ist eine Idee. Wir laufen wieder rein. Ich hab gehört, Marc ist gerade gestorben, ne? Ja, mir ist irgendwas auf den Kopf gefallen. Ich hoffe, nur was? Okay, pass auf. Ich merke. Flashbang. Oh. Garnat. Äh, Leute, die nehmen B an. Ja, passiert. Ah, wir nehmen sie jetzt zurück an. Easy. Easy. Jesus. Das mag ich auch nicht. Krass. Alter, ich bin getroffen. Ich wollte eigentlich tot sein, damit ich wieder... Alter, ich kann über drei Meter... Gehe mal an das hin. Hier ist langweilig. Lass mich noch mitnehmen. Ja. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehe. Ja, Mann. Auf die Entfernung hab ich den weggerotzt. Ja, du hast mich gerecht. War super. Ja. Für die Ehre. Kill ist es 18, oder? Fuck. Komm, wir spawnen mal in einem Spawn-Ribbon. Ja, Mann. Ich bin bei meinem Spawn-Ribbon gespawnt. Du meinst bei deinem anderen, in dem das letzte Spawn-Ribbon. Egal. Ah, Granate. Hilfe. Gib mal in den Keller ein. Ja. Auf in den Keller. Wo seid ihr überhaupt? Keller. Ah. Oh. Aber hinten im Gang ist halt ein Typ. Ähm. Okay. Jonas? Ja. Kann keiner decken, wenn ich vorwende. Komm, wir mal scheiß drauf. Ich werfe jetzt eine Granate vorne hin und laufe einfach geradeaus. Ich bin im Keller. Alles ist bunt und farbig. Ich bin hinter euch. Ich bin durch. Ich bin irgendwie so angeblendet worden. Ah, ich sehe gerade nichts mehr. Wir haben aber noch eine Brennganate. Eine Brennganate. Neb ich? Ich weiß, kein Gegner. Ich sehe keinen. Aber das explodiert alles. Da muss man doch gegen den Kater sein. Doch, vor uns ist einer vorne. Ich habe einen, habe ich erschossen. Ja, Killhilfe. Links, links, rechts. Keine Ahnung. Da muss ich gestorben werden. Camp da, ich weiß nicht, ob man schon geredet. Camp da weiter, wir spawnen bei dir. Seid ihr alle zu? Wow, wow. Sorry, ihr seid oben in der Schusslinie. Nein, jetzt war's. Es ist so karottisch. Das war so geil. Weil wir beide einfach oben. Wow, wow, wow. Ja. Kannst du nicht so doof da stehen, weil dann spawnen wir in die Gegner rein. Aber es war auch so, wie in dem Moment, wo ihr sagt, wir spawnen bei dir, war ich halt gerade eben ganz kurz mal oben an der Dings. Dann hat der gespawnt halt beide komplett oben. Ich war auch ziemlich schnell wieder unten, habe ich gespült. Gespült. Da ist einer. Wow. Das ist alles schon noch so ein bisschen buggy, ne? Hier. Ja. Dieses ganze Programm hier. Dieses Battlefield. Das ist eine Buggy gerade. Hier ist hier nix buggy. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Okay, wir haben auch keine Buggy's gerade. Alter! Also hier kannst du auch nichts mehr spielen gerade. Das ist ja alles zugequalmt und du siehst nichts mehr. Ich wäre eher dafür, dass wir nach draußen gehen. Wir fangen mit draußen mit der Shotgun. Ja klar, ihr müsst nur mal treffen, ey. Ja, aber doch nicht mit den schlechten. Brauche ich einen D ein. Ich auch. Ey, was machst du da? Geil, ich mach mit. Du sitzt vor mir, du verstehst. Ja, jetzt sitze ich hier. Ich hab dein Platz weggenommen. Ihr sichert hinten, ne? Sehr gut. Aber ich bin schon weiter. Ich hol mir noch die. Ja, wir haben's. Weiter geht's. Ich bin schon auf Ehe, quasi. Versuche die ganze Zeit, jemanden zu flanken, aber es kommt halt irgendwie keiner. Oh, hi. Hast du mich flankt? Ja. Geil. Jetzt ist ziemlich rauchig, sehe ich gerade. Ah, ganz viele Leute, ganz viele Leute. Weg, 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 weg. Wow. Du müsstest bei mir spawnen. Ich bin gerade voll hinter den Leuten. Ach, ich kann mir ja selbst mit dem Zuhörer beöffentlichen, Idiot. Das ist echt helle. Oh, schade. Damit habe ich nicht gerechnet. Komm, so schnell in die Ecke, da habe ich noch nachgeladen. Den einen habe ich gekillt. Einen habe ich auch gekillt, von hinten. Der lebt ja noch. Okay, ich komme zu euch. Oh, ich habe zwei gekillt. Lass mal. Oder drei, ich habe keine Ahnung. Lass mal schnell bei D spawnen. Es ist so dunkel und traurig. Oder soll man bei dem einzelnen Typen bei A? Lass mal bei A. Das ist unser Squad. Solche Ober-A. Bette, der ist oben. Ich habe schon wieder ein Gold-Pack-Pack. Alter, das geht heute richtig gut. Vorhin auch schon fünf aufgemacht. Ja. Wir haben es uns einfach verdient, ne? Ja. Was soll ich meinen? Ja, ja. Auf jeden Fall. So ein Battle-Pack-Flow mittlerweile. Ja, das geht so easy going. Oh, was ist das denn? Ein Toter. Ey, hier ist ein Leiter. Schau mal. Ja, ich weiß. Die führt hier raus. Was passiert denn da? Hä, wo ist ein Typ? Nein, warte. Ja. Wo ist denn gerade ein Typ? Ich weiß nicht, das ist das hinter der Kiste kürzlich, als sei der da die ganze Zeit. Warum seid ihr alle, ähm, hier, äh, Supports? Man muss gar nicht, man muss gar nicht, äh, Support sein, ne? Nein. Nein. Ich bin Sniper. Ich habe da irgendwie gerade wegen, wie er dann, äh, warte. Was, zwölf habe ich freigeschaltet. Hä? Habe ich ja schon die zweite Waffe freigeschaltet. Was geht denn jetzt? Alter, du bist so gut. Ich bin nicht so gut. Ich weiß. Komm mit. Wir müssen hier unten lang. Vielleicht liegt das in dem 200% HP-Bonus. Oh, ich bin falsch gespawnt. HP-Bonus, ja, den hätte ich auch gern. Ja, Nico, lass doch hier lang. Ja, ich bin nicht als Typ. Den hätte ich auch gern. Boah, hier ist ein Schnellerlaufen. Schneller. Das könnte sein. Da ist noch keiner. Ja, lass den Typ mal vorrennen. Das ist quasi unser, der checkt das aus. Ja, nicht gut. Weiß nicht, wo ich bin. Ich bin in einer grauen Wolke gespawnt. Wo bin ich? Running Opfer. Die Treppe ist sauber. Ja. Was? Wow, da ist aber nicht sauber. Die sind alle ganz dreckig da. Ganz dreckig. Soll ich noch mitnehmen? Ja, mitnehmen, du. Den bei euch. Alter, da steht einfach mal alles voll. Ja, ich gehe mal andersrum hier. Hier ist die Treppe. Oh, cool, die Treppe. Ich glaube, das ist immer unglaublich gut hochzulaufen. Ja, die ist super. Ja, ich auch. Ich glaube, ob wir hier in der Ecke geht's wieder los. Ah. Mein Gott, es leuchtet alles. Wow, wow, ich werde schon hinten schossen. Ey, das ist mir nicht so viel visueller Input gerade. Aber man kann so schön sprayen und man trifft immer was. Ja, das ist super. Mit der Panker. Ja, mach das mal. Hab ich. Ich habe sie alle angehütet. Zwar nicht viel Schaden reingedrückt, aber ich habe sie angehütet. Ich habe einen erschossen. Leute. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich sitze. Ah, hier bin ich. Das Ding ist jetzt. Fuck. Oh, ich habe was getroffen. Au. Alter, du Multikill. In der Dunkelheit. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier draußen gefahren. Ja, ich wollte draußen gehen. Ich bin draußen. Aber hier ist nichts. Nein, ihr seid in der falschen Gegend. Doch, doch. Dann fliegen hier schon Granaten an mir vorbei. Ja, ich habe zwei Stücke. Ich bin tot. Über dir, über dir, Mark. Warte. Über dir. Oh, hinter mir halt auch. Ich weiß, ich sehe nichts. Alles ist weiß. Ja, das ist dein Nachteil. Ja, das ist dein Nachteil. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, das Gegner. Oh. Der hat mich mit seiner, mit der, mit der, mit der Granatwaffe erschossen. Oh, den habe ich mitgeholt. Sauber. Also das, das glaube ich, war ganz gut. Da liegt noch einer da hinten beim Gitter. Zwei. Ich habe noch einen Battle-Empact. Was machst du denn? Habt ihr da irgendwie so ein Boost an bei euch? Nee, aber das könnte ich gerade mal machen. Fuck, ich habe dich. 200 XP Boost. Ah, ich bin ja nur mit im Gang. Die haben 200% Boost an und ich habe davon wahrscheinlich noch 7 oder sowas. Ich habe nur einen. Ich habe nur einen davon. Oh, ich habe vier Flashbangs. Oh, voll geil. Oh. Selbst geflashbangt. Okay, Flashbang. Flashbang. Oh, ich sehe nichts. Oh, Alter, war der Knaps. Ich bin einfach durchgelaufen, ey. Oh, voll hardcore. Flashbang. Ich habe keine Merke. Lauf zu Flashbang. MLG. Los. Das ist MLG. Lass mal hier nach oben gehen. Hier ist voll gut. Ich bin hier oben. Hier, hier, komm zu mir. Ich bin hinter dir. Ich weiß nicht, wo du bist. Da sind überall GmbH. Ach, hier bei mir sollte. Ach so, stimmt. Die sind da unten drin. Oh, wir haben gewonnen. Oh, wir haben gewonnen. Das ging ja schnell. Ja, geil. Da haben wir die anderen den Spind eingesperrt. Machen wir nochmal, ne? Okay. Haben wir schon gewonnen. Ja. Sind wir schon drin? Jetzt kommt 200% Boots. Ja, ich habe den Kratzer für die letzten zwei Sekunden angemacht. Okay, ich habe... Oh, Rivens F. Scharfstürze freigeschaltet. Sehr gut. Endlich mal was Neues. Du hast eine komplette Klasse freigeschaltet. Ja. Da freue ich mich ja für dich. Ich habe den Magier freigeschaltet. Ja, bald habe ich den Krieger auch, ne? Ja, Rang 40. Ziel für heute geschafft. Jetzt können wir es beenden. Ja, ciao. Okay, also, ohne Scheiß. Ich habe insgesamt 120.000 Punkte gemacht. Ich habe gerade... Ich bin bei 81.000. Nee, Moment. Erstmal nicht. Ich werde nicht mehr zählen. Du hast 87.000 gemacht. Ich rache das nicht. Zählt diese 64.000 Bonuspunkte? Die werden schon davor dazu gerechnet. Ich habe insgesamt in dieser Runde 93.000 Punkte gemacht. Ich habe 81. Da war ich doch gar nicht so schlecht unter dir. Ja. Natürlich.